Mit der Energiezeile verrücken, passt sich natürlich auch hier rein. Gottverdammt, Hali. Gott, ich muss in die Wasser kommen, bevor sie zurückkommen. Ich schaue die Mech zurück zu mir, wenn ich bereit bin. Ich muss es überprüfen. Ich muss es überprüfen. All right, Commander. Ich werde dich weg, und ich werde ein System checken. Listen, Chef, ich bin für verrückte Ideen, aber das ist auf die Karte. Wir sind zu weit, um zu stoppen. Der Weg nach Hause ist durch Leviathan. Okay, Seals, check out. Oxygen pressure's nominal. Systems are a go. It's as ready as I can make it. Let's go. Shepard. Just... I'll be fine. Closing hatch. Engaging systems. Ready. Testing comlink. I read you. Here goes. Commencing dive in 3... 2... 1... Shoot holding up, Commander. Looks good so far. Good. I'm getting some comments here and something something else. Copy that. Cortez? Cortez! Nicht gut. hold. Get to front. 2... 1... 2... In der Generalität. 2... 2... 2... 4... 2... Ich bin nicht sicher, ob ich mich überrascht habe. Es sieht aus, dass ich den Major Descent hab. Ich kann nicht viel sehen. Man sieht nicht mal bis zur Oberfläche, aber wir sind auch 3 Kilometer tief, also... Schenken an all non-critical systems to preserve remaining power. Not sure how much juice the emergency thruster will need to get me back to the surface. Can't worry about that now. Getting some strange readings from the probe. Something is definitely down there. Reading the probe directly below me. Looks like the final drop. Can't see anything just yet. Aber da unten leuchtet etwas. Down the probe. Seems intact. I'm gonna keep moving. What is that? Blasen? Ist das gut? Ist das gut? Ist das gut? Blasen? You have come too far. I have to find you. This is not your domain. You have breached the darkness. You killed a Reaper. I need to know why. They are the enemy. One that seeks our extermination. But... I thought you were a Reaper. They are only Echoes. We existed long before. Then what are you? Something more. Your mind belongs to me. Breathe. Ed. What's happening? Your memories get voiced to our words. Your nature will be revealed to us. Accept this. The galaxy is at war with the Reapers. You defeated one. Why aren't you fighting back? There is no war. There is only the harvest. Then help us stop it. None have possessed the strength in past cycles. Your own species could be destroyed with a single thought. But you are different. I have witnessed your actions in this cycle. The destruction of Sovereign. The fall of the Collectors. The Reapers perceive you as a threat. And I must understand why. Before the cycles, our time was the apex of life in the galaxy. The lesser species were in our thrall, serving our needs. We grew more powerful than they were cared for. But we could not protect them from themselves. Over time, the species built machines that then destroyed them. Tribute does not flow from a dead race. To solve this problem, we created an intelligence with a mandate to preserve life at any cost. As the intelligence evolved, it studied the development of civilizations. Its understanding grew until it found a solution. In that instant, it betrayed us. It chose our kind as the first harvest. From our essence, the first Reaper was created. You call it Harbinger. An intelligence? You built that machine despite what you saw the other races experience. Why? You cannot conceive of a galaxy that bends to your will. Every creature, every nation, every planet we discovered became our tools. We were above the concerns of lesser species. The intelligence was envisioned as simply another tool. And now we all pay the price for your mistake. There was no mistake. It still serves its purpose. How did you remain hidden all this time? Our extermination is not complete. Some survived and found refuge in the dark corners of the galaxy. I am their progeny. Over the cycles, the Thrall races were controlled, removing traces of our existence as we directed them to. In this way, our survival was kept secret from the Reapers. Today, we reach out through the fragments and watch for discovery. Fragments? You mean the artifacts we found? They provide a window into the galaxy. Tools for exploring the events of this cycle and for the safety of this world. Through them, we watch, we study, and remain in the shadows. How did the intelligence defeat you? To find a solution, it required information. Physical data drawn from organic life in the cosmos. It created an army of pawns that searched the galaxy, gathering this data. There was no warning. No reason given when they turned against us. Only slaughter. Only the harvest. Tell me about the Reapers. Each harvest ends with the birth of a Reaper. Perfect in its design. Each formed in Harbingers image. Our image. Each Reaper has the power to influence organics. Over countless cycles, disability was refined, perfected, and gave rise to indoctrination. What's the point of all these harvest? The intelligence has one purpose. Preservation of life. That purpose is not being fulfilled. Directed the Reaper is to create the mass relays. To speed the time between cycles to greatest efficiency. The galaxy itself became an experiment. Evolution its tool. Will it ever end? Unknown. Until the intelligence finds what it's looking for, the harvest will continue. What do you know about the Crucible? We have watched its construction before. It has never been completed. Those who have tried still fell victim to the harvest. Its outcome is unknown. Okay. You made your point. Will you help stop the cycle? I have searched your mind. You are an anomaly, yet that is not enough. Wait! The cycle will continue. No. You've been watching. You know this cycle is different. We will survive. You will remain here as a servant of our means. The Reapers will harvest the rest. If you release me, no one has to be harvested. Nothing will change. The Reapers know where you are. You can't just watch anymore. You have to fight. Even if you survive the battle today, the Reapers won't stop. Ever. Release me and we have a chance to end this. Once and for all. You're not. You're. You're not. You're. You're. I've earned it. Out there fighting, where you should be. Es ist klar, warum die Reapers dich als eine Angelegenheit vertreten. Your victorien sind mehr als ein Produkt der Chance. Wir werden kämpfen. Aber nicht für dich, oder für eine andere Rache. Wir waren die erste, die Apex-Race. Wir werden überleben. Und die Reapers, die in diesem Weltkrieg verletzten, werden unsere Macht. Sie werden unsere Schlagen. Today, they pay their tribute in blood. Sie werden es langamental. Oh, 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 oh. Shepard's back. Cortez, talk to me. We're good to go. I don't know what the commander did, but the pulse is offline. Dammit, we've got a reaper inbound. I'm out. I'm out. Shepard, wake up! He's freezing! Are you all right? Yeah. Yeah, I'm fine. Hell of a headache. Kila, don't do that to me. I've got Anne Bryson on the Kong. Good. Put her through. Commander. Feeling better? Yes, thank you. I'm doing fine. What happened? We found it, Anne. We found Leviathan. Was it worth it? I don't know. But we proved it can't hide anymore. That it's a part of this war. Just like us. Sounds like an amazing story. One for the history books. Well, I look forward to hearing all about it. My father would appreciate this, knowing the truth is out there. In the meantime, Admiral Hackett has asked me to join his scientific team. We all have our part to play. I should get to it. Take care, Anne. And thanks for all your help. Shepard up. Commander, I finished reading your report. The Alliance wanted more intelligence on the Reapers. I'd say we got it. Our people will be studying it for years to come. They're already calling it the Leviathan Codex. It rewrites galactic history as we know it. Whatever else it means, it tells me the Reapers had a beginning. And maybe now we'll provide them with an end. That's one way to look at it. I guess it's the only way. So go out there and make it happen. This is a big step in the right direction, Shepard. Good work. Thank you, sir. Hack it out. So voller Probleme. Also spielerisch ist es eigentlich gut. Also ich fand auch diese kleinen, dass man die Systeme eingrenzen musste. Das war an sich nicht mal schlecht. Aber storytechnisch. Heilige Scheiße ist das dumm. Also erstmal haben wir, ist der Mythos mit den Reapern. Also alles, was sie irgendwie mysteriös gemacht hat, ist schon mal zur Hälfte weg jetzt. Weil wir wissen, wie sie entstanden sind. Dann haben wir Leviathan, was schon mal an sich... Wir konnten die Spezies nicht vor sich selber schützen. Wir hatten zwar Gedankenkontrollkräfte, aber wir konnten ihnen nicht irgendwie vermitteln, dass... Künstliche Intelligenz und so eine ganz blöde Idee ist. Also ich keine Ahnung. Deshalb müssen wir selber eine künstliche Intelligenz machen und wundern uns dann, dass die uns auch hintergeht. Und dann hat die Sicht so hier Millionen Jahre versteckt. Vielleicht sogar noch länger. Aber wir wissen, dass sie in der Lage sind, einen Reaper zu töten. Das heißt, sie könnten kämpfen. Und der Reaper gerade, den haben die einmal schief angeguckt. Dann ist der bewusstlos geworden oder so und in den Ozean gefallen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber... Eigentlich... Das ist total dumm, weil eigentlich hätten die Leviathans das längst beenden können. Zum einen, weil es früher nicht annähernd so viele Reaper gab wie jetzt. Sie haben ja gerade gesagt, in jedem Zyklus wird ein Reaper geboren. Wobei wir davon ausgehen, dass es sich um einen Reaper der Sovereign-Klasse handelt, der dann die dominante Spezies halt wird. Und die kleinen Reaper sind dann halt irgendwie die anderen Spezies, die dann halt unterworfen wurden. Aber die Reaper werden mit jedem Zyklus, wo die Leviathans nicht tun, stärker. Abgesehen davon, könnten die Leviathans auch... Das sind 50.000 Jahre zwischen den Zyklen. Und... Sie könnten eigentlich locker in der Zeit wieder was auf die Beine stellen. Und wenn sie dafür einfach nur die anderen Spezies benutzen, was angedeutet wurde, was sie tun, aber... Die Rachni-Kriege, bin ich mir ziemlich sicher, wurden von Sovereign ausgelöst. Und eigentlich ist der Reaper, der zurückbleibt zwischen den Zyklen. Auch der einzige Grund, warum die Leviathans auf ihrem Planeten bleiben wollen würden. Und ein Reaper hat, wie gesagt, wohl alleine auch nicht wirklich eine Chance gegen die Leviathans. Wir haben die ja gerade gesehen. Die waren nicht mal direkt in Kontakt. Die sind einfach einmal in seinen Verstand eingedrungen und der war weg. Und ich muss sagen, diese ursprüngliche Idee, dass Leviath ein abtrenniger Reaper ist, was auch Gerüchten zufolge halt zuerst das Thema sein sollte, wäre wesentlich interessanter gewesen. Und das hätte auch nicht das ganze Mysteriöse um die Reaper einfach nicht komplett zerstört. Das wäre vielleicht ein Reaper gewesen, vielleicht auch zwei oder drei, die irgendwann gemerkt haben, unsere ganzen Zyklen sind total für den Arsch und haben halt ihr eigenes Ding durchgezogen. Aber naja. Das ist halt nur meine Meinung. Nextroration, sehr schön. Revive in unser Werfungsteam. Genau. Die indirekten Erschaffer der Reaper sind 400 Krieg-Aktiv-Posten wert. Seems legit. Hä? Der stand doch gerade noch aktualisiert oder neu. Keine Ahnung. Aber ansonsten würde ich sagen, haben wir es geschafft, in etwas weniger als zwei Stunden. Ihr habt auch nichts dazu zu sagen, weil das so dumm ist, dass selbst ihr... Selbst ihr habt dafür keine Worte. Aber dann würde ich sagen, das war es heute mit Let's Play in Mass Effect 3 und wir sehen uns beim nächsten Mal. Malheure. März.